Moin moin Leute und willkommen zum nächsten Ligaspiel Ingolstadt gegen SV Mappen Mal gucken wie das schwer wird Wer weiß Ey yo Digge Übertreib Yo ich muss aufpassen Ja bunte Dschungel Uiuiuiui das wird schwer werden Das wird sowas von schwer werden Glaube ich So hab ich so das Gefühl Ja Ecke Ecke ist eigentlich auch nicht schlecht von ihm Aber jetzt mal vielleicht Der Wusi Der Wusi Zieh mal mit deinem Tempo Ach schade Hätte er klappen können Außer als Nein 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 1-0 Ach come on Es geht schon wieder los Wie vorhin Ja Er hat aber komm Ja egal Einruf für mich Immerhin Ecke Ey was ist das denn Ja jetzt kannst du dich auch ägern Ja jetzt kannst du dich auch ägern Och man Nee Nee Come on ich hätte auf zu lecken hier ja ich lade ihn ja auch rein hier ist kein wunder gerade wiener wiener ja egal was ich hier spiele kommt kein ball hin und jetzt 1 1 wichtig ergert aensa danke jetzt aber komm nein nicht das war ja 1 oh mein gott come on so müssen wir heute spielen so müssen wir einfach weiter spielen aber nicht so so unnötig ja bei verlust der teuer werden kann aber er macht selber nicht das beste jetzt heraus ja vom spiel eigentlich durch die mitte warum ja ja ach man come on 21 hey was ist das man come on egal pusht euch jungs pusht euch pusht euch pusht euch so wird wenn wir besser ja danke damit ein punkt bin ich hier zufrieden er kommt ja hey hör doch auf man machen wir nicht aggressiv du wohnsohn man so traurig alter es wäre so ein drecks game hier wo ich kein bock mehr hätte kein bock mehr ist ja der sehr sehr defensiv jetzt meine güte ja guck's ja an es klappt ja auch alles bei ihnen was alles sogar alles komm voller halbzeit nee komm ey man alter komm noch ne ecke ey die wird noch abgefälscht alter ja leute nee wir sehen uns in der zweiten halbzeit wieder zum kotzen ja zweiter halbzeit alter das ist ja immer nicht schnauze halte einfach gar nichts mehr heute ich kann verliehen aber nicht so leute mal ganz ehrlich ich bin selber nicht besser mit zweiten aber nee ja jetzt spricht auch noch der gast sind immer die richtigen wisst ihr das alter sind übel zieht bestens wenn ich das rückspiel nicht aufnehmen alter so behindert ey guckst ihr guckst ihr euch an es läuft keiner hier mit es ist einfach ja nee 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 ist doch besser so dass es abseits ist nee einfach nee so macht es keinen bock mehr tut mir echt leid aber ist mir jetzt egal was ihr alle in den kommentaren schreibt alter aber mal ganz ehrlich alter juckt mich denn auch nicht ja guckst ihr an alter mann du hurensohn nee alter ich quitte gleich alter mein gott es tut mir leid aber es ist einfach so leute es ist kein normales fußballspiel alter es ist einfach damit zu tun dass ich mich nicht konzentrieren kann ja jetzt werde ich weiter und hoah ja junge es gibt doch einfach weg man ja wo seid ihr man lauf doch mal es ist so zum kotzen hier es ist so zum nee leute lauf doch mal alter ihr seid so eine faule jetzt fängt es auch noch an zu lecken sorry alter kein bock mehr es macht echt keinen bock ich schieße doch noch nicht mal jungen alter ich schaffe gleich diesen hässlichen controller es tut mir echt leid alter nee dicker nehmt noch einen anderen spieler nee natürlich er passt lieber zum tor zurück ja guck's dir an er passt da einfach durch die mitte ey so ein drecks game leute halt das tut mir echt leid aber so macht fifa echt keinen bock mehr es gibt doch mal bitte weg alter junge du machst mich aggressiv mal ganz ehrlich alter ich gebe ihm gleich die drei punkte im rückspiel macht einfach keinen bock mehr ja noch höher geht's nicht ich war einfach gleich zeitspiel alter das macht echt keinen bock mehr so der guck's dir an alter die kann kein fußball mehr spielen nie wieder spiel ich eh nee alter selbst schreibt janni eh eh was über whatsapp alter was war los ach komm alter juckt mich denn auch nicht mehr ich würde ihn einfach regenerieren alter das würde mich einfach nicht mehr jucken alter so aggressiv macht mich dieses spiel warum spiel ich überhaupt noch mal ganz ehrlich warum spiel ich eigentlich noch guck's dir an dicker come on du kleiner fetter meine güte sorry an alle ingolstadt fans da draußen aber es ist so ja so leute wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like und ein nao da am besten ist wenn ihr da runter dann